geht sogar was war das leider keine unglaublichen tricks ja wobei der kickflip war das echt noch mit dem kickflip raus alter ok bei morse light braucht man nicht unbedingt erst extrem ist ja das geht warum auch immer das noch mal gezeigt worden ist spielt es auch manchmal wieder einfach so wenn das ein speed hinbekommen natürlich weiß ich dass ich ein 360 nicht einfach so schaffe weil ich leider nicht so weil ich ja reifen habe da ist es schwierig rumzuschneiden ich muss mal als nächstes auf jeden fall wenn ich mal roller hole härtere holen weil in der zwischenzeit kann ich sehr gut fahren da brauche ich keine weichen mehr am anfang war das vielleicht gut und halt die traktion zu haben den grip den man braucht in der zwischenzeit ach du heilige scheiße das ist ein echt ziemlich guter spot hier zieh lieber deine achsen noch mal fester so hatte ich von mir ja genau alles klar alles klar bist du bereit ich habe ja den ersten hit okay wir machen hier so irgendwas einfach tot man wir sehen schon so fresh aus das kann man gar nicht glauben auch wenn man das übernehmen wenn man so heftig drauf ist vielleicht hätte ich nicht so viel schwungkraft mitnehmen sollen ich sage oft genug heilige scheiße obwohl es nicht mehr verdient hat stimmt auch gar nicht so was hat es nicht verdient jetzt habe ich einen kleinen ansprung gemacht halte als ob ich darf nicht so viel speed mit sammeln okay das heißt ich fahre langsamer ich werde nicht so viel speed sammeln wir brauchen einen krankenwagen ja das wäre normal einen krankenwagen zu gebrauchen nein wir fahren jetzt nicht so extrem merkt man auch vom speed da ist nicht mehr so extrem wie davor scheiß das wert oh gott meine güte Oh, das ging ja sogar. Rapper auf die Brücke. Echt auf diese Brücke. Oh, shit. Ja, geht. Warum dieser letzte Trick? Warum? GG Castlevania. Alter. Eine Güte, für den Gameboy Advance. Das sieht sich gar nicht mehr alles vor. Das ist ja verrückt. Ja, guck dir den Spot an. Hier gibt's doch sicher was zum Skaten. Nein, wir müssen das doch hier. Abschluss kommen. Nein. Das will ich noch nicht. Immer einfach das da hier. So. Mal sehen. Muss ich mich neu andenken. Mal sehen, was wir jetzt als nächstes haben. Haben wir was Gutes vor uns? Oder irgendwas Schlechtes? Wer weiß. Doch, ich hab dein Bild gesehen. Gaming of Barbie. So. Gapper alle Pads. Einfach nur Kickflips und so. Los. Oh Gott. Nollipop. Schoffet, Alter. Craziger Shit. Oh. Das sag einfach nichts zum Bild. Sagen wir's mal so. Da sollte man eigentlich wissen, wie das ist. Mehr sag ich dazu einfach nicht. So. So. Oh. Nice. Oh. Hui. Und jetzt. Oh. Nice. Das war richtig. Oh, das ist. Oh, da kam. Oh, da musste man extrem Scheiß, glaube ich, machen, oder? Habe ich das nur in extrem in, ähm, 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 wie das ist. Ja, ey, du denkst richtig, wie ich, du denkst richtig. Das kann ich schon mal sagen. Du weißt, wie ich darüber denke. Da muss ich nichts genauer sagen. Oh, oh, welcher Astrophysiker hat denn den Park hier entworfen? Nein. Sieht aus, als müsstest du hier die Gesetze der Schwerkraft ignorieren. Ja, könnte man so sagen. Mit dem Temmie-Gespräch allgemein halt. Ich bin jetzt nicht so derjenige, das ich gerne mag, so... Oh, Gott, ich hab's verkackt hier. Ach, hier ist ein Handplant. Ach, dann eher zu Pluto. Alter, what the fuck. Wir warten hier aber extremst viel. Jetzt versuchen wir hier das Spielchen zu bekommen. Soll ich mit der Zeit gehen? Ja. Ja, das war fett. Handplant auf dem letzten... Wie ging nochmal Handplant? In dem Game, ich glaub, mit R1, ne? Genau. Das wär dann das letzte, ne? Genau. Alter, das ist ja... Da! Soll ein... Oh, Gott! Oh, ja, noch viel mehr Speed. Wie crazy ist das? Jetzt versteh ich wieder, was ich meinte mit... Das ist total crazy. Ist ja irgendwie... Oh, Gott! Ich hab mich schon dagegen geknallt. Guck dir das an. Nein! Ach, Mann! Wie soll das gehen? Verdammte Scheiße! Hallöchen, dein Quann! Ah! In den Speed bitte richtig. Skating Jesus, Mio, Alter. Nimm den richtig! Was ist das? Ja, du darfst ruhig erklären, was mich daran zum Beispiel stört. Du kannst es ruhig sagen. Also, ich hab selber wusste keinen Bock so gesehen, in dem Sinne, das hier immer auszuführen. Es geht darum, dass es ein etwas anzüglicheres Bild war und ich bin selber nicht so positiv gesellt bei sowas, kann man so sagen. Das nun mal so fehlt. Also, diejenigen auf YouTube, ja, wir haben es irgendwie geschafft mit dem R. So. Ja. Jetzt machen wir hier noch einen Trick. Ich kann auch so einfach eigentlich einen Grinds auch, glaube ich, von hier aus eigentlich machen. Wieso müssen wir hier ein bisschen genau den richtigen Speed haben. Oh, das ist ja knapp. Ja, komm. Jetzt haben wir mehr Speed. Gaming of Fabi, ich hab dir nicht umsonst gesagt damals, dass ich dir den Wortrechte mit Vorsicht gegeben hab. Wenn du so weitermachst, ähm, ähm, ne? Sag nur. Ja, das passt schon. So ist er nicht, aber trotzdem. Ja, das schon. Ja, ich weiß, das Bild ist schon ein paar Mal, aber ich will bloß da so in der Zwischenzeit einfach sagen, solche Bilder will ich nicht großartig sehen eigentlich bei mir. Ich dachte wenigstens, du würdest irgendwie ein witziges Bild posten, Gaming of Fabi. In dem Sinne. Nur ist für mich sowas nicht witzig, wenn es total anzügig ist oder was weiß ich, in der, äh, in der Richtung. Das ist halt nicht so wirklich das, was ich wirklich mag. Weil ich sexuell, also ich find irgendwie eigentlich sexuell ist, sollte eigentlich... Es gibt halt richtig kranken Scheiße auch noch. Und zweitens, was sexuell anzüglich ist oder so, finde ich, sollte eher im Privateren sein, weil... Ich find es ekelhaft, wenn das immer so öffentlich ist. Das ist, ich weiß nicht, das ist nicht normal irgendwie aus meiner Sicht. Auch wenn das jetzt nur, so gesehen, nur ein paar Bildchen waren, die jetzt nicht schlimm waren. Bin da vielleicht, man könnte sagen, keine Ahnung, ein bisschen arg verschränkt. Kann man natürlich sagen. Ist jedem seine Meinung. Ich selber find's nicht so dolle, muss ich mal persönlich sagen. Aus meiner Stelle. Okay, Asterix, bis irgendwann. Was soll ich denn mit seinen Schaden? Ja, Doremi, ja, da hab ich... Ja, aber was mit Doremi stimmt ja noch. Oh yeah. Total krass, aber zählt nicht. Ich hab hier über die Rohre und dann... Ne, da müssen wir doch... Manchmal muss man Olli machen, manchmal nicht. Ich weiß das manchmal selber nicht so. So. Ich bin doch über die Rohre ge... Ich bin doch über die Rohre ge... Oh, Chips mit Riffeln, Paprika-Geschmack. Oh, Ace. Richtig nice. Na gut, ich hab heute auch richtig viele Hamburger gegessen. So ist das nicht. Und ein Döner, der mich schöner macht. Ja, zieh. Let's go. Ich muss über die Rohre ge... Oh. Okay, bis dann, Dremium und Fabi. Bis irgendwann. Ciao. Nein, das waren keine Magusburger, Ace. Oh. Jetzt hab ich's doch geschafft. Oh, danke. Ich dachte schon, das zählt nicht. Oh Gott. Gabel zur Bank. Ich seh die Bank nicht. Ja, klar. Sonst doch irgendwelche Wünsche. Ja, als ob. Es geht. Hä, was ist das denn, bitteschön, Mr. Gehüss-Viel-Eckwann? Hä? So viele gehen. Hä? 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 So. Nein, zählt das mit dem Horn wiederum nicht? Hey, das will ich in Zeitlupe sehen. Gut. Das kannst du ja später in Zeitlupe... Nein, zieh. Das war doch... Mann. Würde ich das... Alter, wie weit muss ich da denn hin? What the hell? Oh. Hä? Jetzt zähl das doch bitte als über die Ruhe. Wieso soll ich das denn bitte schaffen? Mit welchem Speed? Wie viel Speed muss ich denn wieder Intus haben? Verstehe ich das nicht, was das Spiel-Game von mir will. Ja, SC. Jetzt komm. Das sieht nicht gut aus. Was zum Geier? Wie viel Speed? Ich weiß, dass ich da irgendwie hin muss, aber wie soll ich... Soll ich den Speed da hinbringen? Das frage ich mich jetzt besögen. Hey, das war ziemlich cool. Na, das war jetzt auch nicht so... Ich werde das schon hinbekommen. Gut. Was denn hier haben wir? Ja, geht. Was ist los? Äh, ist auf dem Tumble... Ach, Mann. Schon wieder so ganz knapp. Ah, hallo Asterix von deinem sehr langen Einsatz. Haha. War ja richtig schwierig lang, so wie es aussieht. So. Ah, einfach perfekt. Let's go. Au. Kleine Kratzer mal wieder. Oh, hey, das klang gar nicht gut. Ach, Fehlalarm. Ja gut, das ist natürlich glücklich. Im Stream weiter... Ja, jetzt habe ich gar keine Speed mehr. Was haben wir nicht... Oh, wir brauchen einen Krankenwagen. Wir brauchen einen Krankenwagen. Zählt nicht. Einen Versuch noch, okay? Ich glaube, ich wurde gefragt, wieso man Bacon cooked. Und gucke ich, wie es baked. Hm. Stimmt. Das ist... Das ist ja interessant. Okay, immer weiter so. Zählt. Jetzt kommt der Speed. Ah. Das ist so knapp. Nein. Ist das so fast... Schon wieder. So wie immer. So knapp. So wie immer. So wie immer. So knapp. So wie immer. So wie immer. So wie immer. das sei übel aus das war ziemlich cool wieso zählt er sich wir schon dabei sind wie wäre es wenn man köche kocht und immer diese menschen erst stimmt ja auch über diese menschen ist ein satz der mir gefällt macht den blog irgendwie auch wir haben es geschafft das ist doch voll unfair wo ist jetzt schieten wenn ich entschieden ja genau das war können wir nicht davor bis ein bisschen noch speed aufnehmen das wäre ja nicht schlecht wenigstens etwas kommt bitte vielleicht schaffen wir es hier irgendwie ja so viel glück wie soll man das so weit schaffen soll ich denn hier noch speed sammeln wo oh Mann! Oh shit! Oh, das muss wehtun! Ei! Es tut mir leid. Ei, Karamba! Wieso zieht das jetzt nicht als Gap? Joa, klar! Hä, das ist doch... Voll unrealistisch, Mann! ... 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